Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 63.500 US-Dollar, wenig Veränderungen im Gegensatz zu letzter Woche. Wir haben unsere erste Zielzone zum Nachkaufen oder zum leichten Spotkauf letzte Woche noch getroffen. Wir sind runter auf 56.900 US-Dollar gefallen, haben uns daraufhin wieder schlagartig erholt, haben kein neues hochgebildet, wir haben nur einen neuen WIC nach oben hingebildet und seitdem konsolidieren wir wieder und befinden uns in unserer übergeordneten Range. Wo ich jetzt möglicherweise neue Einstiege sehe, wie wir uns bei Ethereum, Gold und den anderen Märkten natürlich auch verhalten können, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video nochmal etwas genauer anschauen. Gestern ging es mir nicht so gut, deswegen gab es gestern kein Video. Jetzt sollte wieder alles normal laufen, auch wenn meine Stimme noch etwas leicht angeschlagen ist. Ich hoffe, es fällt nicht so auf. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppen reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Außerdem kam eine neue Podcast-Folge online, lasst da auch gerne ein Like und Abo da, denn wir wurden auf TikTok leicht geshadowbanned, also die Videos werden nicht mehr so angezeigt, deswegen wäre es cool, wenn ihr dafür dann bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr unseren Podcast anhört, da gerne ein Like da lässt. Und weil es noch eine neue Aktion gibt, auch bei BingX, macht, wenn ihr Bock habt, da KYC zu machen, gibt es momentan 80 USDT an Trading-Bonus. Wenn ihr 100 Dollar einzahlt, kriegt ihr 50 Dollar an Trading-Bonus. Also die Boni wurden nochmal ordentlich erhöht, jetzt nachdem es Bitwavo nicht mehr so wirklich dann in Deutschland gibt, hat BingX hier einen nochmal nachgelegt. Also meldet euch da gerne an mit dem Link unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 63.500 US-Dollar. Aber wie gesagt, wir hatten hier unten diese grüne Kaufzone. Da hätte ich mir nochmal ein bisschen längere Konsolidierung eigentlich letzte Woche gewünscht, dann wäre ich hier auch nochmal long gegangen. Aber wie gesagt, daraufhin gab es dann erstmal einen Pump in Richtung Pivot bei ungefähr 64.000 US-Dollar und seitdem keine signifikanten Bewegungen mehr. Generell ist es sehr, sehr ruhig im Markt. Wir haben jetzt Mai, ich habe ja so gesagt, so Mai, Juni, Juli, August, so langsam das Sommerloch, was da eintreten könnte. Wobei ich im Mai noch ein bisschen mehr Volatilität erwarte und dann Richtung Juni, Juli und August dann deutlich, deutlich weniger und dass wir uns dann eine neue Range bilden. Es sieht nicht wirklich bullisch aus, meiner Meinung nach derzeit. Auch wenn wir hier eben diese Explosion nach oben hin bekommen, in Anführungszeichen Explosion. Wir hatten hier einen Move von knapp 16% innerhalb kürzester Zeit. Dieser Move sollte normalerweise nochmal nach unten hin etwas abgebaut werden. Was meine ich damit? Hierfür ziehen wir uns das FIP-Level von unserem Tief zu unserem letzten Hochpunkt. Da seht ihr auch, dass vor allem dieser steile Anstieg ab dem knapp 59.900 US-Dollar bis hoch knapp 62.000 US-Dollar nicht wirklich nachhaltig aussieht. Und wir genau hier, wo eben dieser Pump begonnen hat, auch unser Golden Pocket drinnen liegen haben. Das heißt, sollte Bitcoin es nochmal ernst meinen, wäre das hier nochmal die Möglichkeit, hier nochmal diesen Breakout nach oben hin nochmal zu bestätigen, nochmal neue Liquidität einzusammeln und von hier aus dann mit einem höheren Tief den Breakout nach oben hin zu schaffen und dann Richtung 70.000 US-Dollar hinzulegen. Gestern war es schon sehr, sehr ruhig. Ich glaube, das könnte sich heute nochmal etwas fortführen. Wenn wir uns das Volumen mal so ein bisschen angucken, ist es eigentlich relativ gleichbleibend, aber auf einem sehr, sehr geringen Niveau derzeit. Weshalb ein Rücksetzer nochmal in diesem Bereich um knapp 60.000 US-Dollar sehr, sehr sinnvoll wäre, auch um die Position in diesem Preisbereich nochmal abzuholen beziehungsweise alle Longs hier nochmal rauszuschießen. Stop-Loss würde ich dann wahrscheinlich so in den Bereich der 58.200 US-Dollar legen. Wenn wir uns das Risk dazu auch mal anschauen, wären wir hier bei ungefähr 3% finde ich absolut human für diese Position. Dafür gibt es dann im Endeffekt die Chance auf knapp 70.000 US-Dollar. Aber grundsätzlich, wenn wir wie gesagt hier auf dem 4-Stunden-Chart uns das Ganze mal angucken, sind wir weiterhin eher noch bearish unterwegs, weil wir kein höheres Hoch im Endeffekt hier erreicht haben. Also ein Close über der Marke von 64.750 US-Dollar auf 4-Stunden-Basis wäre nice to have gewesen. Dort sind wir leider nicht hingekommen. Wie gesagt, wir sind hier am Pivot gescheitert, haben hier zwar eine Konsolidierung gesehen, aber jetzt mit dem ganzen Hintergrund der im Endeffekt jetzt schon wieder 2-3 Tagen Akkumulation in diesem Bereich wäre es sinnvoll nochmal runter zu gehen und dann zumindest mal das Golden Pocket beziehungsweise maximal das 0.786er anzulaufen. Sollten wir da drunter schließen, ist die Gefahr weiterhin da beziehungsweise immer noch so mein lang- bis mittelfristiges Szenario, dass wir hier auf jeden Fall nochmal in den Bereich der 52.000 bis 48.000 US-Dollar runtergehen. Also an dem Plan hat sich auch nichts geändert. Aber da bleibe ich auch weiterhin dabei, dass das hier unten nochmal eine große Spot-Kaufzone wäre und dann natürlich auch zwischen, ich sage es mal 38.000 bis 32.000 US-Dollar. Aber das sind so langfristige Zonen, die ich sage, können erreicht werden in einem möglichen Sommerloch mit negativen News, müssen aber nicht mehr erreicht werden. Deswegen lieber mehrere Kaufzonen sich setzen, wo man dann eventuell nochmal Bitcoin akkumulieren sollte. Ansonsten, wie gesagt, übergeordnet hat sich im Markt sehr, sehr wenig getan. Wir befinden uns weiterhin eben in dieser Seitwärts-Akkumulationsphase jetzt schon seit Ende Februar. Seitdem tut sich wirklich wenig, außer dass wir hier im Endeffekt die ganze Zeit die Range traden. Wir hatten jetzt den ersten Fake-Breakout nach unten hin. Sollte eben hier das Golden Pocket nicht mehr halten, gehe ich ganz, ganz stark davon aus, dass wir dann wirklich hier nochmal diese Zone testen. Dann nochmal wirklich den Markt komplett runtercrashen, auch den Altcoin-Markt, und sich da nochmal neue Chancen für uns ergeben könnten. In den kleineren Timeframes, gleiches Spiel, auch hier sehen wir diesen signifikanten Anstieg. Wenn wir uns diesen holen, wäre perfekt ins Golden Pocket, wahrscheinlich sogar eher ins 0,65er, weil eben hier im 1-Stunden-Timeframe die Kerze eher beginnt und wir dann hier die Ineffizienz komplett füllen würden. Ansonsten gehen wir mal rüber zu Ethereum. Was hat sich da getan? Hier hat sich eigentlich unsere Analyse sehr, sehr gut ausgeholt von letzter Woche. Wir sind ins Golden Pocket reingekommen, also dieser Preisbereich hat er perfekt gehittet, auch den Pivot hier oben. Wir hatten keinen signifikanten Close dahin und seitdem haben wir eben hier von unserem Pivot eine Reaktion nach unten von 5% bekommen. Momentan sind wir noch 3,5% darunter. Ich bin persönlich nicht rein. Ich habe gesagt, ich trade es nicht. Wenn irgendjemand hier ins Golden Pocket rein ist, nehmt hier auf jeden Fall Profite oder macht auf jeden Fall auch einen Stop-Loss auf Entry und dann lasst das Ding einfach laufen. Auch hier sollten wir bei Bitcoin nochmal einen größeren Abverkauf sehen. Wäre bei Ethereum hier die Chance nochmal bei 2.800 US-Dollar. Das wäre dann auch so diese Make-or-Break-Decision. Sollten wir dann hier einen doppelten Boden reinkriegen, ist die Chance hoch, dass wir Richtung 3.500 US-Dollar hochballern könnten. Das wäre dann so die bullische Variante auch bei Bitcoin mit den 67.000 bis 69.000 US-Dollar. Sollte dann eben hier dieser Punkt brechen, ist es noch einmal sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir dann sogar hier nochmal in den Bereich der 2.500 US-Dollar runtergehen. Gehen wir mal hier in den 4-Stunden-Time-Frame. Aber an sich müssen wir auch hier sagen, es hat sich wenig bis gar nichts geändert. Wir befinden uns weiterhin in unserem Downtrend, den wir immer wieder oben und unten testen. Persönlicher Meinung wäre, wir gehen hier wirklich nochmal runter in Richtung 2.500 US-Dollar. Einerseits um die Ineffizienz hier unten natürlich auch zu füllen, um diesen Preisbereich zwischen 2.400 und 2.500 nochmal zu testen. Und von hier aus dann, umso länger sich das natürlich zieht, könnten wir dann hier die Ineffizienz sogar noch hier unten, beziehungsweise hier diesen Punkt bei 2.450 US-Dollar wirklich nochmal testen, wo wir damals in der Vergangenheit enorme Probleme eben hatten, hier immer wieder zurückgewiesen wurden und könnten dann hier, sage ich mal, die Liquidität tanken und dann einen massiven Bullrun wirklich starten. Das kann sich aber, wie gesagt, alles noch den ganzen Sommer dann hinziehen. Ich rechne jetzt auch erst einmal nicht mit irgendwelchen volatilen Bewegungen, außer es sollte sich wirklich nochmal irgendwie Rezession oder Sonstiges hier ergeben. Aber warten wir hier erst einmal noch ein bisschen ab. Das ist jetzt erstmal so der kurzfristige Plan. Long für mich erst ab 2.815, dann kommt es auch auf einen 4-Stunden-Close an. Ansonsten wäre schon Shortes, Nebprofite, Stop-Loss-Entry und wirkliche Spot-Positionen. Wie gesagt, ich bin noch nicht in Ethereum investiert, habe ich den ganzen Bullrun irgendwie noch nicht, oder den ganzen, die letzten Monate einfach nicht akkumuliert, weil es mich nicht gereizt hat. Wäre dann erst hier unten zwischen 2.500 und 2.400 US-Dollar. Ja, gehen wir mal rüber zu den Stockmärkten, beziehungsweise erst einmal zu Gold. Hier hat sich gar nichts getan, im Gegensatz zu letzter Woche. Ich warte immer noch auf diesen Move ins Golden Pocket. Wir haben massive Bullish-Divergenzen hier, die es noch auszuholen gibt, beziehungsweise die Chance uns zumindest noch geben, hier diesen Pump in Richtung 2.360 US-Dollar zu geben. Das heißt, hier brauchen wir uns nicht länger aufhalten. Alles letzte Woche schon gesagt. Und deswegen gehen wir jetzt rüber gleich zum Euro gegenüber dem US-Dollar. Auch hier sind wir jetzt erstmal ins Golden Pocket gekommen. Ich erwarte mir hier noch eine kleine Short-Position hier oben in dem Bereich um 1,083 bis 1,084, um die Ineffizienz, um die Supply hier oben nochmal zu testen. Ihr seht schon das Setup hier am Rand, beziehungsweise wo ich gerne hier oben den Short-Entry rein hätte. Leider sind wir nicht mehr hier runtergekommen, dass wir erst unsere Long-Position kriegen und dann die Short. Deswegen müssen wir hier etwas umschwenken und müssen dann wahrscheinlich sagen, okay, wir gehen dann wahrscheinlich eher hier oben auf die Short-Position. Wer noch eine Short-Position offen hat, kann die dann natürlich auch da oben verdoppeln. und dann möglich einen massiven Abverkauf nach unten hin zu sehen. Das ist immer noch so meine priorisierende Variante hier beim Euro gegenüber dem US-Dollar. Ansonsten gehen wir rüber zu den Stockmärkten. Was hat sich beim S&P 500 getan? Wir sind im Golden Pocket. Wir haben unsere 4-Stunden-Supply-Sohn gestern schon bereits durchbrochen. Ihr wisst, montags gehe ich ungern in irgendwelche Trades rein, weil das meistens ein voll smooth ist. Ich würde diesen Preisbereich trotzdem nochmal ein bisschen im Auge behalten, weil wir noch Potenzial haben bis circa hier oben, bis zum 0,786er. Sollten wir hier oben eine erste Reaktion sehen und wir sehen schon, das Volumen geht leicht zurück. Wir haben einen sehr, sehr hohen RSI. Wäre das für mich hier heute möglicherweise die zweite Möglichkeit, wo wir eine Short-Position eingehen könnten. Ansonsten die ganzen anderen Märkte, DAX und sowas, sehr, sehr seitwärts bewegend. Schauen wir uns mal noch den Dow Jones an. Auch hier kriegen wir langsam eine Erholung rein. Auch hier sehe ich noch ein bisschen Potenzial bis 39.200 Punkte, Marke. Wir sind auch hier nicht mehr in unsere grüne Box gekommen, aber kann alles noch passieren. Also für mich persönlich heute eher wieder so ein kleiner Short-Tag, wo ich auf meine Short-Setups warte oder womit ich denke, dass wir heute mehr Chancen haben, zumindest eine kleine Short-Position aufbauen zu können. Zumindest beim S&P 500, möglicherweise auch beim Euro und beim Bitcoin müssen wir dann erst einmal abwarten, was uns die nächsten Stunden so bringen. Ansonsten vielleicht nochmal ganz kurz gucken, was so die Funding-Rates momentan ein bisschen aussagen, wie diese zumindest aussehen, durch diese ganzen Seitwärtsphasen und sowas. Es sieht hier alles absolut normal, beziehungsweise sogar teilweise ein bisschen negativ aus. Das heißt, negative Funding-Rates ist eigentlich immer ganz gut, dass die Mehrheit Short ist. Aber der Markt wirkt einfach momentan ziemlich ausgeglichen und könnte in beide Richtungen gehen. Ansonsten war es das auf jeden Fall für das heutige Update-Video. Ich würde sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Dann war es von mir. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh zum Update-Video wieder. Ansonsten Bing-X abchecken, Podcast abchecken und die Telegram-Gruppen. Das war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay quick.